So, das bauen wir dann Diese Holzdinger, die machen wir dann richtig kaputt, bis nichts mehr geht So, hier gibt es dann noch einmal 20 Dingens oben drauf Ein bisschen Holz sollten wir auf jeden Fall mitnehmen Es ist nie verkehrt, wenn wir ein bisschen was beihaben Jetzt gehen wir uns noch ein paar Steinchen abbauen und dann geht's los Dann ziegeln wir mal in die Welt hinaus Dann gehen wir einfach mal so ein bisschen auf die Reise, nehmen uns die Portalgun mit Setzen uns erstmal einen Waypoint, ach nee, den haben wir ja schon Und dann geht das los Können wir mal ein bisschen rumlaufen und einfach mal gucken, was es gibt Ja, Eimer könnte ich eigentlich wieder wegpacken, Slimeballs auch Werden wir dann später für die Kolben brauchen Das ist auch noch Stein, das nehmen wir natürlich dann auch so mit Zack, so, erstmal was essen Brote müssen wir uns auf jeden Fall noch machen Aber da können wir uns ja den Weizen vom Feld holen Der bei den Dorfbewohnern schon gewachsen ist Da haben wir ja Weizen geklaut und wieder angepflanzt Und so gehen wir jetzt erstmal her Klopfen erstmal die Steine runter Mindestens einen Stack sollten wir haben, dann können wir uns auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Ja, so Steinspitzhacken bauen und sowas Wahrscheinlich war es jetzt wieder Verschwendung Aber ich nehme die Holzspitzhacken trotzdem mit Weil die machen wir diesmal auch weg, die machen wir leer So gut es eben geht Die erste ist ja gleich hinüber Aber wir haben ja auch Zeit Ich meine, das ist jetzt Folge 505, 506 irgendwo Folge 505 sind wir noch Da finden wir unglaublich viel Wir haben ja das Ziel Den ganzen Spaß ein bisschen zu erhöhen Also es soll ja schon noch weiter gehen Ich habe ja nicht vor aufzuhören Und deswegen können wir uns jetzt auch ein bisschen Zeit lassen Ich habe immer vorher anfangs auch das Problem gehabt, dass ich alles schnell machen muss Damit es möglichst nicht langweilig wird Jetzt habe ich wieder Aber das gelingt einem nicht Das kannst du haken, das kannst du vollkommen vergessen Wenn du das so machen willst Wirst du merken, dass die Fails immer mehr wachsen Und das bringt nichts, wenn wir ein Let's Play machen Vor allem wenn es ein endlos Let's Play ist Wie es dieses hier ist Dann kann man sich die Zeit nehmen und das auch vernünftig machen Deswegen Wir bauen uns jetzt hier Steine ab Schaffen gleichzeitig noch einen weiteren größeren Lagerraum Das ist doch toll Und wenn wir das soweit haben Wir bauen uns nochmal ein paar Fackeln Weil ich sehe gerade, die sind uns ausgegangen Wir können hier also noch nicht mal weiter ausleuchten Haben wir wirklich keine Fackeln? Ach du Arnst es ja nicht Wir haben noch nicht mehr mehr Fackeln Ja, also die Fails passieren dir dann auch Wenn du dir Zeit nimmst Und einfach nicht auf dein Inventar achtest Dann passiert dir auch sowas Dennoch klopfen wir hier Steinchen für Steinchen ab Freuen uns drüber, dass das hier funktioniert Auch wenn es jetzt eher sehr, sehr dunkel aussieht Gut Den Stack machen wir noch voll Auch auf die Gefahr, dass jetzt hier irgendwas spawnt Was uns dann ans Leder will Aber damit müssen wir dann Ledern, äh, leben Haha So Eins Zwo Drei Vier Vier So, dann hätten wir nämlich schon mal Zweimal 64 Stacks mit Steinen Jetzt besorgen wir uns erstmal ein paar Fackeln Holzkohle müssten wir ja noch da haben Theoretisch müsste eigentlich hier was drin sein Siehste Eisen haben wir aber auch noch Also können wir im Zweifel auch nochmal eine Eisenspitzhacke bauen Dann nehmen wir am besten auch zwei mit Dann brauchen wir vielleicht auch nicht ganz so viel Ah, wir nehmen lieber mal drei mit Oder vier Komm Wer weiß wofür es gut ist Am Ende heißt es dann wieder Hetzte, Hetzte, Hetzte Weißt du? So Packen wir uns das mal voll Wie viel Leder haben wir denn da? Sieben Was brauchen wir denn für einen Rucksack? Für einen einfachen Rucksack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Verdammt Okay Wir bräuchten für einen weißen Rucksack Weißen Farbstoff Da können wir Knochenmehl nehmen Knochenmehl Knochen haben wir Das geht Also brauchen wir noch Leder So leid mir das tut Da wird wohl noch eine Kuh dran glauben müssen Naja, wie auch immer Unser Inventar sagt mir Dass es falsch sortiert ist So Holzkohle haben wir da Da machen wir uns mal ein paar Fackeln draus Wir brauchen sowieso Fackeln Ohne Ende Äh So, und die verballern wir jetzt Dann stellen wir das so auf Dann hätten wir hier noch ein paar Eisenbarren Die wir aber behalten werden Und zwar in der Truhe Wir haben schon allerlei Schundzeugs hier eingesammelt Wir brauchen in jedem Falle noch Holz Es wird nicht reichen Das bisschen Holz, was wir hier haben Kohle nehme ich sicherheitshalber mal jetzt nicht mit Cobblestone Nehmen wir uns einen Stack mit Damit wir im Zweifel einen Ofen bauen können Leder brauchen wir noch Das müssen wir gerade leider noch machen Mindestens einen Hier draußen wird es dunkel, nehme ich an Ja, sieht schwer danach aus Ja, es wird dunkel Dann warten wir es mal ab Bis es hell wird Müssen wir uns leider erst mal noch mit so einer Kuh begnügen hier So, leiten wir das tot Ja, ja, ich bin ja schon weg Dann können wir uns einen Rucksack bauen So Ja, zweimal Leder haben wir Achtmal brauchen wir es So, schwupp Knochenmehl Machen wir mal so Können wir die Knochen da wieder hintun So Dann hätten wir hier einen hübschen weißen Rucksack Ist ähnlich wie die Canvas Bag, die wir vorher hatten So Packen wir das alles mal da rein Das eine Stück Holz packen wir da auch wieder rein Und dann können wir hier im Zweifel noch was reinpacken Weißt du, da haben wir hier nochmal die gleiche Inventargröße So Also wenn uns das Inventar ausgeht Hier Haben wir nochmal Dreimal neun Sprich nochmal 27 Slots Die wir dann benutzen können So Dann wollen wir mal Kurz in die Profe gehen 15 Stakes haben wir anbei Müsste erst mal für den Anfang reichen Tja Waypoint haben wir gesetzt Was wir noch machen könnten Wäre Sicherheitshalber Äh Wo stellen wir es denn hin? Da Nehmen wir unsere Portal Gun Und bauen da ein Portal hin Tididididididididididi Lididididididididididididididididi Tididididididididididididi fred bone So Dann wollen wir mal von Dannen ziehen Einfach mal in Richtung Osten laufen Mal gucken was uns so alles Erwartet Erwartet. Juhu, Wehrwolf. Gold müssen wir uns besorgen. Wenn wir auf nächtliche Monsterjagd gehen und die komischen Viecher dann da auftauchen, dann ist das vielleicht unter Umständen suboptimal. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal Ozean. Wir sind in einem Plains-Biom angelangt. Das ist Grasland. Das ist schon mal gut. Haben wir also weite Flächen, mit denen wir arbeiten können. Gar nicht schlecht. Gut, dass man das weiß. Da ist das weiße Ross. Eines Tages bist du mein. Ja, hier haben wir Strand. Beach, genau. Beach ist ein Biom von Biomes of Plenty. Wenn wir hier reinhopsen, ein Stückchen weiter vorgehen, dann ist das der Ocean. Also sind wir da schon im Meer. Ja, dann hatte ich überlegt, die Smart Moving Mod noch reinzutun. Aber da ist leider nicht viel bei rausgekommen, bei der Smart Moving Mod. Wir haben es probiert. Die ist leider nicht multiplayerfähig. Und da die nicht multiplayerfähig ist, kamen wir halt nicht so weit und ja, konnten halt nicht so viel damit machen in der Multiplayer-Welt. Ölquellen. Alter, Railcraft Ölquellen. Gleich drei Stück. Mensch, besser kann es doch gar nicht gehen. Hier ist eine. Da ist eine. Da ist noch eine. Das ist doch super. Was haben wir denn da? Ein Medium-Fisch. Okay. Kann ich dich irgendwie einsammeln, dass ich dich essen kann? Tatsache. Cool. Aber abgedroppt hast du jetzt nix, ne? Ne, nicht wirklich. Na gut, weiter im Jaxx. Hier haben wir dann auch den entsprechenden Leben, den wir später brauchen werden. Was ich ja dann haben wollte, wäre ja dann ein Badlands-Biome. Da haben wir unsagbar viel Lehn. Schafe. Ja gut, eine Tierzucht und all den ganzen Kladderadatsch, den machen wir dann, wenn es so weit ist. So, jetzt können wir hier zum Beispiel in den Rucksack schon mal das Futter packen, was wir einsammeln. Alles, was wir nicht brauchen, sammeln wir dann ein. Oder was wir von Monstern kriegen oder Tierchen oder von was auch immer. Jetzt laufen wir ein bisschen am Meer entlang und schauen mal, ob wir nicht hier irgendwo ein schönes Biom finden, mit dem wir dann arbeiten können. Ja, also Plains und Wüste hätten wir schon mal da. Das ist auf jeden Fall schon mal groß. Wildschwein, Vögelein und da guckt ein Pferd rein. Was? Da ist ja noch eins. Eines Tages gehörst du mir. Was? Oh, Kohle. Ein- sammeln. Alles, was an oberliegenden Rohstoffen da zu finden ist, wie Kohle und Eisen und so, alles, was da oben liegt, das sammeln wir uns mal besser ein. Zack. Da ist ja noch ein weißes Wert. Ich dachte, die wären so selten. Das ist ja noch eins. Ein ist da. Nein. Ich dachte, da wären so viele. Oder so wenige. Da ist ja noch eins. Eines da. Ist das unser Dorf oder ist das ein anderes? Das ist unser Dorf. Das ist klar. So, laufen wir mal ganz gediegen jetzt hier durch die Botanik. Höhlen. Und warum schreist du so? Ja, warum schreist du denn so? Weil ich hier nicht rauskomme, sag. Zack. So, dann machen wir den mal hier so ein bisschen... Macht es dir hier mal so ein bisschen frei. Ja, ja, ja. Ich bin doch schon dabei. Guck doch mal, was ich hier für dich baue. Hm? Sag nicht, du würdest hier nicht lang kommen. So. Was haben wir denn hier? Zinn! Oh, da braucht man eine andere Spitzhacke für. Probieren wir mal diese. Wer weiß, wofür wir Zinn brauchen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir Kohle brauchen. Dann nehmen wir aber die Holzspitzhacke für, weil unser Spitzhackenwerkzeug hält ja nicht ewig. So. So.